Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Gründlich Erklärt. In diesem Video erwartet dich eine kleine Übung zum Hörverstehen. Du wirst gleich eine Sprachnachricht von Philipp hören und du sollst erst einmal gut zuhören. Anschließend präsentiere ich einige Fragen zum Text und du sollst sie beantworten. Natürlich kannst du dir die Aufnahme vor der Auflösung auch mehrmals anhören. Und noch ein Tipp, du kannst die Geschwindigkeit des Videos an deinem Tempo anpassen. Und denke daran, du musst nicht alles Wort für Wort verstehen. Bist du bereit? C'est parti! Coucou, c'est Philippe. Tu vas bien? Moi, ça va fantastique. J'ai une bonne note en allemand. Maman et Papa sont super contents. Alors, ils vont acheter un cadeau pour moi. Ça fait déjà deux cadeaux parce que c'est mon anniversaire le vendredi. C'est cool, hein? La fête commence à 4 heures. Et toi, tu es invité. Avec toi, ce sont neuf personnes. On va manger et jouer ensemble. Mon chat Léo, il est aussi avec nous. Et encore? Ah! Papa va faire le gâteau et Maman va organiser les jeux. Mon grand-père Pascal connaît des jeux, mais ils ne sont pas très intéressants. Bof! Qu'est-ce qu'on peut jouer? Est-ce que tu as une idée? Répond vite! À plus! Du hast soeben die Sprachnachricht von Philippe gehört. Wenn du dir noch unsicher bist, dann höre sie dir erneut an. Den Anfang der Aufnahme habe ich unten in der Zeitleiste markiert. Wenn alles klar ist, dann kommen hier die Fragen, die du beantworten sollst. Pausiere das Video, falls du mehr Zeit zum Nachdenken brauchst. Und hier ist die Auflösung. Hast du alles richtig oder etwas übersehen? Oder siehst du eine Sache ganz anders? Schreib es doch in die Kommentare. Vielleicht magst du mir auch eine Rückmeldung geben, ob dir das Format gefallen hat und ich mehr solcher Videos machen soll. Wir sehen uns wieder. Alla prochaine! Bis zum nächsten Mal!